Ja meine Leute, jetzt muss ich erst noch ihre Tür zu machen. Ja, Projekt Brote Brötchen ist mal wieder dran. Und ich habe gesehen, Rainer hat ein altes, neues Survival Video rausgehauen, wo er damals vor dem Rewe campiert hat. Ich werde es mir nachher mal angucken. Ja, jetzt brauchen wir hier erstmal ein bisschen Schärfe. Ja, es ist, ich kann nicht so viel reden, weil ich habe ja das Video noch nicht anguckt. Dann, weil wir ja eine Grundlage brauchen, ein bisschen Tomatenmark. So, dann der Löwensenf. So, jetzt sehen wir das schon mal. Na, ich kriege das in der Zugschraub, dann leck mich doch am Arsch. So, ein bisschen verschmieren. Ja, dann stellen wir es mal scharf. So hat es bei mir heute Morgen ausgesehen. So. Na, ha. Hm. Scharf. Puh. Nichts mehr gewohnt der Furchi. So, ihr wisst ja, wegen der Grundlage für die, ähm, ich habe noch Mehlwürmer gefunden. Kann man sie im Internet bestellen. Haben wir hier dann ein Herpesch drauf. So. Das hebe auf, hey das. Nein, das ist Glas. So. Jetzt, paar Krabbe. Zu den Mehlwürmern hinzu. So. Bisschen Spaß haben heute. Und eine für den Papi. Hm. Ja. Halt. Dann brauchen wir jetzt mal wieder so ein Schallblätten Käse. Komm, ich will die Videos nicht so lang machen. So. Bisschen da drauf. Jetzt habe ich da. So, je. Darauf hast du auch mal wieder Bock. Klar, mach mal. Ich werde sie nicht in der Pfanne irgendwie anbraten, ne. Oder so. Wie nennt man das? Schiffnudel. Schiffnudel. Ja genau, komm. Weil, Leona geht immer. Eine Scheibe. Bisschen komprimieren. Ja, schon wieder das Brettle angesenkt. Mann, ihr müsst mal tippen, 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 damit ich mir sowas neues leisten kann. Ne, Quatsch. Ich spende das lieber ein Tierheim. Die Viecher sind wenigstens dankbar. Hätte ich fast das M-Wort getroppt. Dann, weil die Wurst ja feucht ist, Chili-Pulver. Da habe ich jetzt mal eine Idee. Moment. Ich muss mal hier da so gucken, ne. Einmal ist der Ani-Decker da und schon liegt es leer und da hat er rum. Jawohl. Das rösten wir mal ein bisschen. Ach, nee, keine gute Idee. Egal, wird gesser. Ja. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. Aber jetzt alles, das muss ich hier mal wieder einpacken. Und... Eieiei, da wird so langsam leer. Dann, nee, 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 da machen wir noch was. Dann machen wir... Weil... Das mit dem Puschel passiert mir nicht mehr. Puschel bleiben jetzt eine Weile aus. So, jetzt habe ich es wieder weggeweilt. Und noch so ein Ding da drauf. Ja, das passt. Obligatorische, ähm, wiegen wollte ich sagen. Genau. Das könnt ihr auch mal machen. Jetzt haben wir so eine Länge von ungefähr... 13,5 cm. Und eine Breite durchmesser, so 10 cm. Eieieiei. Das gefällt mir. Na ja, ihr wisst ja, wie es da auf so einem Erotikprofil von der Mulle steht. Hart, aber gefühlvoll komprimieren. Ja. Hehe. Oh, ihr wisst ja, paar Feierabendbier. Dann gönne ich mir Reiner's Survival-Video. Und wenn ihr dann nichts mehr von mir hört, habe ich mich umgebracht. Also. Break. Ja gut, Metal-Leute. Wenn der Reini frisst im Scream, mache ich das auch. Ja. Hehe. Ja, trocken. Der Ton ist ja aus, äh, zwecks, äh, Copyright. Und ja, das ist ein Mehlwurm. Oh. Gab's ja damals zu reiner Schanzenzeit auch. Wow. Moment. Moment. Das ist ja wirklich Musik laufen. Unglaublich. Also ich werde mal die GEMA informieren. Per E-Mail und Telefonat. Das geht doch so nicht. Ja. Rainer. Rainer. Ich fress genauso wie du. Oh. Jetzt kommt die Schärfe. Was schiebt der sich da rein? Ja, ich wollte keine Reaction machen, aber... Ich muss mal eine Reaction machen, so... Noch billiger als der Rainer. Der Rainer hat ja so einen Laptop und... Schieß mich tot. Ich mach das halt. Richtig Schworbe-like halt. Ja, Rainer, komm. Ja. Ja. Vom Döner nebenan. Ach nein. Du hast ja gesagt. Aus der Gegend. Du hast dich doch wieder selbst geliegt. Komm Rainer, noch ein bisschen. Prost. Ja, komm. Rainer, hopp. Habt ihr noch. Ach Rainer, so macht es keinen Spaß. Guck mal, ich hab da extra... Ich mach dein Projekt hier weiter so mit Brote, Brötchen. Aber du? Nö. Ja, komm. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Ja, komm. Futter, Futter. Oh. Oh, das muss ich auch noch mal. Oh. Oh. Ja, komm. Die Fresse muss voll sein. Und ja, ich bin gut angetrunken. Aber... Ich muss das hier gerade so angucken. Ja, komm. Oh, und noch mal. Oh, da muss ich auch noch mal hinterher. Oh Gott, oh Gott. Ich kotze gleich. Ja, da kommt's schon hoch. Oh, jetzt, weißt du noch mal. Ich hab nicht mehr runtergeschluckt. Ich kotze, meine Fresse ist sogar schon voll. Ja, Toll, die... Die Rainer, mach langsam. Ich muss immer einen anderen Scheiß runter... Es beißen. Oh, nee. Oh, Gott. Rainer, besieg mich bitte, nein. Nein. Ich nehme mich zum Glück. Oh, nee. Okay. Einen Schluck. Nee. Nee, Rainer. Bitte nicht. Oh, Gott. Das... Ich nehme nur. Nee, es bleibt drin. Es hat Geld koscht. Aber so schnell fressen. Oh, Gott. Oh, Gott, Rainer. Wie kann man nur so voll fressen sein? Nee, nee. Leute, mittelauf. Ich... Ich brech die Scheiße hier ab. Das ist nicht mehr normal. Der... Jetzt haut er noch mal. Nee. 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 Tablet weg. Ab aufs Bett. Äh, Sofa. Es war jetzt ganz spontan. Alter, gestoriert da... Ah, das geht nicht. Ich fudere ja schon schnell, aber... Nee. Sorry. Break. Später. Das schieß. Ich kann nicht mehr. Ich bin Kackfluencer. Pui. Ja. Sehr leicht im Abgang. Ich bin Kackau. Ich bin Kackau. Ich bin Kackau.